Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur 1 Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel holst ihr jetzt auf freenet-digital.de. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 2. Dezember. Großer Andrang bei Impfaktion in Wiesbaden, keine Silvesterparty im Kurhaus und Corona-Gipfel berät über strengere Regeln. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Schon um halb 10 am Morgen standen die ersten Impfinteressenten-Schlange, rund um Achims Rathaus in der Dilti-Straße, wo der frühere Oberbürgermeister Achim Exner, SPD, am Mittwoch zum Impfen geladen hatte, war viel los. Manche Leute mussten weggeschickt werden, weil um 12, als mit dem Boos dann begonnen wurde, bereits viele Plätze vergeben waren. Gewartet wurde in der Hauptkirche, damit niemand im Kalten stehen musste. Die Ärzte hatten Vakzine für 170 Personen, später kam nochmal eine Lieferung, sodass insgesamt 200 Biebricher geimpft werden konnten. Exner, der seinen 77. Geburtstag feierte, kündigte eine weitere Aktion an. Viel los ist auch bei den Testzentren. Mit den neuen Corona-Verordnungen werden seit vergangener Woche die Anbieter geradezu überrannt. An einigen Ecken der Stadt bilden sich immer wieder mal lange bis sehr lange Schlangen. Wie zum Beispiel am Vorplatz des Hauptbahnhofs. Laura Finger vom Betreiber SifMeditec sagt, wir machen dort seit letzter Woche an manchen Tagen rund 2000 Tests. Das sind so viele wie noch nie. Hauptgrund für den riesigen Andrang sind die 3G-Regeln. Ungeimpfte brauchen täglich einen aktuellen Test mit Bescheinigung am Arbeitsplatz und beim Bus- und Bahnfahren. SifMeditec reagiert nun auf die gestiegene Nachfrage. Kommende Woche wolle man einen weiteren Doppelcontainer am Bahnhof aufstellen, berichtet Finger. Das sei auch nötig, denn das Warten könne momentan zu Spitzenzeiten schon mal eine Stunde dauern. Ein Termin ist dort nicht notwendig. Bereits 2020 musste der Jahreswechsel im Kurhaus, der traditionell mit der großen Silvesterparty und vielen Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sowie Gästen aus der Region gefeiert wird, aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Für den Jahreswechsel 2021-2022 prüfte nun die Wiesbaden Congress und Marketing GmbH in den vergangenen Monaten verschiedene Konzepte, um die Räume des Kurhauses für Silvester 2021 öffnen zu können. Die Entwicklungen der letzten Wochen und die zunehmend steigenden Inzidenzenzahlen ließen jedoch keine belastbaren Planungen für Silvester zu, teilt dazu die Stadt am Mittwoch mit. Aus diesem Grund müssen die Silvestergala im Kurhaus sowie das Musikfeuerwerk auf dem Bowling Green, welches Teil der Silvesterparty ist und zum Jahreswechsel stets tausende Schaulustige vor das Kurhaus lockt, ausfallen. Ein Küchenbrand in der Wiesbadener Gneisenaustraße hat am Mittwoch einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr durch mehrere Notrufe alarmiert. Eine weithin sichtbare Rauchsäule im oberen Westend wurde von Anrufern aus verschiedenen Teilen des Stadtgebietes gemeldet. Wie die Feuerwehr informiert, stellte der ausgerückte Löschzug in dem Wohnhaus einen Brand im Dachgeschoss fest, in der Küche brannte ein offenes Feuer. Die Feuerwehrleute rückten mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz vor, Personen oder Tiere befanden sich nicht in der Wohnung. Bei den Nachlöscharbeiten wurde eine Brandausbreitung in die Holzdecke zum Spitzboden sowie in den Dachstuhl bemerkt. Unter zeitraubender Schwerstarbeit, so die Feuerwehr, wurde die Dachschräge geöffnet. Brandnester wurden mit einer Wärmesuchkamera lokalisiert und gelöscht. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 439,2 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag und Mittwoch war der Wert wieder leicht gesunken. Im Vormonat hatte der Wert bei 154,5 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73.209 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-DAS-Boards von 3.51 Uhr wiedergeben. Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist dabei zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. Heute um 11 Uhr berät der Corona-Gipfel über strengere Regeln. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, hat vor der Bund-Länder-Runde konsequente Entscheidungen im Kampf gegen die dramatisch hohen Corona-Zahlen verlangt. Wir dürfen heute in der Ministerpräsidentenkonferenz keine halben Sachen machen, sondern müssen die vierte Welle entschlossen brechen, sagte der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz der Deutschen Presseagentur in Berlin. Die Länder bräuchten dazu den bewährten Instrumentenkasten der Pandemiebekämpfung, sagte Wüst. Er sei auch dankbar, dass der voraussichtliche Nachfolger von Angela Merkel, CDU, im Kanzleramt, Olaf Scholz, SPD, zugesagt habe, das Infektionsschutzgesetz erneut spürbar nachzubessern. Das muss jetzt aber auch konsequent geschehen, betonte Wüst. Bereits am Dienstag hatten Bund und Länder sich grundsätzlich auf strengere Corona-Regeln geeinigt. Nun wollen Merkel, Scholz und die 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten die bisherigen Maßnahmen verschärfen, um die stark steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Das war die heutige Ausgabe von Gude Wiesbaden, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Hört euch aber auch gerne mal unseren Podcast Reingehört, der Wiesbadener Volontäre an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der